Ich bin hier gerade auf der Computex 2014 und schaue mir hier am Stand von Asus das GX500 Gaming Notebook an. Das ist ein 15,6 Zoll Gaming Notebook mit einem Display, das ist eine wirklich hohe Auflösung. Es hat nämlich 4K oder UHD, es sind 3840 x 2160 Pixel und das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Full HD kann da auf jeden Fall nicht gegen anstoßen. Wir haben hier ein sehr schönes Chiclet Style Keyboard, das rot beleuchtet ist und die WSD Gaming, also die Gaming Tasten, sind hier auch nochmal schön rot umrandet. Das macht das Ganze optisch noch mehr zum Highlight. Großes Touchpad mit integrierten Maustasten haben wir hier und natürlich auch an der Seite hier die Lautsprecher. Vom Prozessor her haben wir hier einen aktuellen Intel Core i7 der vierten Generation und eine Nvidia GeForce GTX 860M Grafikkarte. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher sind hier möglich, natürlich haben wir hier auch noch eine SSD, die im RAID 0 laufen kann. Und jetzt schauen wir uns mal die Anschlüsse an. Also ihr seht auch, wir haben hier eine HD Webcam, das Display ist schön dünn und wir haben hier ein Aluminium Gehäuse. Das wirkt hier wirklich sehr hochwertig. Auf der rechten Seite haben wir hier die USB-Port, SD-Karten-Slot, Kopfhöreranschluss, das ist ein kombinierter. Dann gibt es hier noch einen weiteren USB-Port, HDMI-Port, Display-Port und hier ein DC-In, damit ihr das Notebook auch aufladen könnt. Also hier unten seht ihr es auch nochmal. Also es wirkt wirklich sehr hochwertig. Macht einen sehr guten ersten Eindruck, das Asus GX500 Gaming Notebook hier auf der Computex 2014. Falls ihr irgendwelche Fragen zu diesem Gerät habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie so schnell wie möglich zu beantworten. Und falls euch das Video gefallen hat oder das Gerät, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video hier einen Daumen hoch gebt. Es gut bewertet auf YouTube und meinen Kanal abonniert. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinen nächsten Videos. Danke. Vielen Dank.